Heute liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Mir ist so komisch, so mute, ich ahne und vermute. Heute liegt was in der Luft, ein ganz besonderer Duft. Der liegt heute in der Luft, ich konnte weinen und lachen und läuten uns machen. Heute liegt was in der Luft, ein ganz besonderer Duft, der so verlockend ruft. Das ist kein Alltag so trüb und grau, das ist ein Tag wie der Frühling so blau. Das ist ein Tag, wo ein jeder gleich spürt, dass noch was passiert. Mir ist so komisch, so mute, ich ahne und vermute. Heute liegt was in der Luft, ein Duft, der lockend ruft. Der liegt heute in der Luft. Ja, liebe Gottesdienstgemeinde, liebe Pfarrer St. Michael, für gewöhnlich stehe ich hier am Ambo und heute predigt. Und habe eigentlich keine Requisiten. Aber wie ihr seht, heute mit dem Equipment eines Kirchenbutzes. Ich bin jetzt natürlich zeitlich so frei, dass ich mit Bravour in jede Fuge dieser Kirche mich hineinbewegen kann, um alles von Schmutz zu reinigen, damit ihr dann, liebe Pfarrgemeinde, möglichst bald in einer wirklich sauberen Kirche wieder fröhlich, frisch, frei und munter singen und beten könnt, dass das Herz einem so übergeht. Es heißt in den Psalmen, singt dem Herrn ein Lied und tanzt vor dem Herrn. Ich singe nicht, vor allem tanze ich mit den Putzmitteln und mit dem Equipment all dieser Geräte schaffen. So wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und zu Hause, meine Herren, vergessen Sie nicht, es gibt auch genug zu putzen in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Haus mit Ihrer Familie. Auf Wiedersehen!